Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Grim Legends 2, Song of the Dark Swan. Ich wollte gerade schon mal wieder Grim Legends The Forsaken Bright sagen, aber nein, das ist es natürlich nicht. Ja, das letzte Mal haben wir hier die Faundame gesehen, die den kleinen Prinzen durch dieses Portal entführt hat. Und ja, jetzt müssen wir den kleinen Bruder von dem einen Schwan retten. Und das machen wir hier, indem wir diesen Aufzug reparieren müssen. Und wir müssen mithilfe der Zahnräder einen Weg finden, um den Aufzug in Gang zu bringen. Also wir müssen die Zahnräder hin und her schieben. Aha, okay. Ah ja, das müsste also, ein Zahnrad müsste erstmal hier hin, dass sich das sozusagen bewegen kann. Und die können wir nicht bewegen. Na, Mensch. Am besten, wie viele haben wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Also müssen wir irgendwie diese Spur hier bekommen. Die Frage ist jetzt, das müssen wir, glaube ich, so machen, um dieses eine Zahnrad dahin zu bekommen. Dieses Zahnrad müssen wir das erstmal hier so hin und her schieben. Genau, das erste Zahnrad bewegt sich. Super, dann sollten wir jetzt vielleicht irgendwie schauen, dass wir diese Zahnräder hier hoch bekommen und diese Dinger hier runter. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht ganz so easy, peasy. Ähm, das Zahnrad hier wird schwer, das zu bewegen. Ähm, das ist natürlich super doof. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Also wir brauchen auf jeden Fall die alle von denen. Dann, ähm, würde ich sagen, schauen wir mal irgendwie, dass wir diese Dinger hier rausbekommen. Dann mache ich das mal eben alles so. Ähm, das ist jetzt irgendwie ungeschickt. Ah, ich ahne es, wie wir es machen, wenn wir die alle in eine Reihe bekommen. Dann können wir am Ende den ganzen Kram in einer Reihe aufdröseln, wenn ihr wisst, was ich meine damit. So. Ähm, so. Dann vielleicht so. Immer diese Dröselei hier mit diesen Rätseln. Ähm, so, so. Oh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So wird es auch gehen. Okidoki. Dann müssen wir mal das Ding hier rüber bekommen. Shit, das ist wieder blöd. Ich denke, ich werde es trotzdem mal so versuchen. Das hier, dann das hier. Vielleicht dann jetzt das hier rein. Und dann das hier wieder hoch. Und dann haben wir das hier. Dann geht das jetzt das Gerattere wieder los. Ich hoffe, das ist nicht zu laut, aber ich glaube nicht. So. Aha. Wie bekommen wir jetzt das da wieder in eine Reihe? Das müssen wir mal austesten. Wahrscheinlich mache ich es total umständlich und es wäre viel einfacher auch möglich schon. Dann, so, so bekommen wir das hier, genau, jetzt hier lang. Dann geht es weiter hier lang. Und ja, so nach ungefähr 20 Minuten dürfte das dann auch fertig sein, dieses Rätsel hier. Ähm, jetzt geht es weiter hier lang. Und dann dürfte es gleich noch weiter gehen. Hier lang, genau. So, jetzt. Oh, wir haben es geschafft. Yes, Gott sei Dank. Ich hoffe, es gibt nicht noch ein zweites Rätsel. Nein, wir können jetzt den Aufzug benutzen. Dann gehen wir mal ins Observatorium, weil ich glaube, hier können wir nämlich nichts mehr tun, oder? Hier, das Portal ist geschlossen. Ich brauche einen geübten Zauberer oder eine erfahrene Hexe, um es zu öffnen. Das hatten wir das letzte Mal schon. Aha, hier gibt es weichen Boden. Schön. Ansonsten war hier aber, glaube ich, sonst nichts mehr. Ist hier noch? Ach, der ist jetzt hier. Okay, danke schön für diese tolle Information. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir ins Observatorium und versuchen, den Bruder von dem kleinen Schwan zu retten. Ihh. Hm. Was haben wir denn im Inventar? Hm. Wir können, okay, wir können den Kerzenhalter hier nehmen. Hier ist, ähm, definitiv ist hier Magie am Werk und ein paar Fallen werde ich hier auch finden. Ich brauche einen Schlüssel. Okay. Was ist das hier? Ich stehe kurz davor, ein Heilmittel für den Versteinerungszauber zu finden. Was fehlt? Oh. Aha, jetzt haben wir hier eine Armbrustsehne. Ah, die müssen wir natürlich gleich dann, ähm, wenn wir hier irgendwie das meiste bekommen haben, ähm, müssen wir die einsetzen. Das ist der letzte Eintrag. Ob er weitere seiner Werke woanders versteckt hat? Ah, das wäre natürlich sehr praktisch. Dann könnten wir nämlich den schwarzen Schwan entversteinern und dann, ähm, das Portal öffnen. Denn hier können wir wieder die goldene Feder einsetzen. Das machen wir mal. Was ist das? Aber ich sah etwas anderes in ihren Augen, auch. Ich sah Rage. Wenn ihr dann einen Kopf wirft, ich habe dich nie geliebt, ist das schon Shit, wenn man halt davor schön mit ihr fremdgegangen ist, aber dann sagen, nö, du, dich habe ich nicht geliebt, dann ist das ungünstig. Oh, hier müssen wir einen Nagel reinhauen. Ah nein, wir können hier ein Zahnrad rausnehmen und einen Lappen. Wahrscheinlich brauchen wir die Leiter noch. Ja, jetzt brauche ich etwas, um die Leiter zusammenzuhalten. Das haben wir gerade nicht. Ähm, wir müssen irgendwie versuchen, hier das Vieh zu verjagen. Was ist hier das Bild? Ähm, ist das nicht das Schwan? Ach, das ist der, das ist der Schwanenkönig und seine Königin, die ermordet wurde. Oh, die ist so hübsch. Können wir hier irgendwas machen? Nee, oder? Das ist nur das Bild. Ich meine, wir können hier nichts machen. Dann schauen wir doch mal zurück zur Bogensee, zu der Armbrust, bei der wir die Sehne hier einsetzen mussten. Jetzt haben wir, ich wusste nicht, wie schwer es ist, eine Armbrust zu bedienen. Ich brauche Hilfe. Okay, das hatten wir ja schon angeschaut. Ähm, vielleicht brauchen wir noch den Pfeil. Der war ja hier oben. Ein Armbrustbolzen. Das Schwanenkönigreich hat versucht, sich gegen den Fluch zu wehren. Ja, ich dachte, wir können das vielleicht mitnehmen. Vielleicht mit dem Lappen? Nee. Hm. Dann bin ich mir jetzt hier ein wenig unsicher. Was sollen wir denn mit dem Zahnrad machen? Hier können wir aber auch nicht wimmeln. Ah, das Zahnrad. Hier. Okay, hier haben wir jetzt Nägel. Das heißt, wir können jetzt, ähm, aber brauchen wir dann nicht noch einen Hammer? Die Leiter mit, ähm, was war hier? Können wir hier? Hier können wir nichts nehmen. Was sollen wir denn mit dem Kerzenhalter? Können wir hier irgendwas machen mit dem? Ah, da brauchen wir wahrscheinlich diese Dinger zum Einsetzen. Hm, dann gehen wir nochmal hoch und holen uns hier die Leiter. Ja, achso. Dann haben wir jetzt eine Leiter. Ich glaube, die Leiter können wir vielleicht, ähm, an diese Eiche hier dran lehnen. Nö. Ah, nein. Da brauchen wir wahrscheinlich die Leiter für den Armbrustbolzen. So, jetzt. Das, ähm, wäre zumindest eine logische Schlussfolgerung hier. Genau. Jetzt können wir uns den Armbrustbolzen nehmen. Dann können wir vielleicht die Spinne mit dem Armbrust, mit der Armbrust verjagen. Ich kann sie noch nicht laden. Warum denn? Hm, Lappen. Brauchst du den Lappen? Den, ähm, Kerzenständer? Ich habe gerade keine Ahnung, was dein Problem hier ist. Madame. Ähm. Und was ist das hier? Können wir das vielleicht irgendwie aufpiksen? Ne, der sieht echt ekelhaft aus, dieser Kürbis. Warum auch immer das ein Kürbis sein soll. Ähm. Ich habe gerade keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich glaube, ich verwende mal einen Tipp. Hä? Sollen wir die jetzt mit dem Lappen nehmen? Mit dem Ker... Ach so. Okay, dann haben wir jetzt hier eine Eichel. Ähm. Ja, ich habe immer noch keine Ahnung. Vielleicht brauchen wir dich zur Hilfe. Nö. Ähm, ja. Ähm, pff. Sollen wir die irgendwie einpflanzen, oder was? Ich verstehe es jetzt hier nicht so ganz. Hier ist doch... Fruchtbare Erde. Dann pflanzen wir doch mal die Eichel hier ein. Und, ja. Aha. Okay. Ja, so kann man das Verlies natürlich auch öffnen. Dann gehen wir doch mal hier rein. Uh. Ih, die Ratten sind nicht ganz so schön. Was ist das hier? Ein... Eine Winde. Hier. Was gibt es hier noch? Gibt es hier noch irgendetwas? Vielleicht eine Fackel oder so? Ah, das Verlies ist voller Fallen. Ohne Karte betrete ich es sicherlich nicht. Ja gut, dann haben wir jetzt immerhin eine Winde bekommen. Können wir die Armbrust eben irgendwie mit der Winde rausholen, oder was? Ach so. Alles klar. Jetzt haben wir eine Armbrust. Und damit können wir doch jetzt bestimmt die Spinne falsch verjagen. Hier. Spinne, verzieh dich. Oh Mensch, das hat ja richtig viel geholfen. Dann müssen wir den jetzt irgendwie hier befreien. Stärke als Eisen. Ich brauche einen sehr scharfen Gegenstand, um dahin durchzuschneiden. Ja, da haben wir leider gerade überhaupt nichts. Hat sich das nicht normalerweise geöffnet, dass man da was rausholen konnte? Das Diadem wird ja wohl nicht helfen hier. Nee. Sehr scharfer Gegenstand. Und ja, wenn die jetzt zurückkommt, dann ist es natürlich doof. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Können wir hier irgendwie durchblättern? Nee, können wir nicht. Und ansonsten gibt es hier noch irgendwie was. Hm, ich glaube, da gibt es nichts. Hm, sehr scharfer Gegenstand. Vielleicht müssen wir wieder wimmeln. Nein, weil ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wie wir an einen sehr scharfen Gegenstand kommen sollen. Außer den hier vielleicht. Aber da fehlt uns ja noch was. Außer den. Verstehe ich jetzt hier gerade nicht so ganz. Ähm. Hatte der? Nee, der hatte nichts mehr. Sehr scharfer Gegenstand. Puh, Mensch. Ich glaube. Ich glaube, ich bin gerade so richtig. Ah, vielleicht können wir... Ist hier irgendwie... Scharf und voller schwarzer Magie. Ich sollte vorsichtig sein. Dann nehmen wir doch den mal mit einem Lappen. Aha, okay. Der ist scharf. Das heißt, damit können wir bestimmt den Schwan irgendwie befreien. Spinnenseide haben wir jetzt bekommen. Und wir setzen dem natürlich hier gleich das Hemd an. Okay, du dachtest... Aha, jetzt haben wir die Karte zum Verlies. In Ordnung. Damit können wir doch bestimmt was anfangen. Und dann nehmen wir auch mal noch die Feder. Und der sitzt hier so auf diesem Spinnenseiden rund. Und da kann man die dann noch einsetzen. Ah ja, okay. 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 Die Frau. Und da sind die Ziele. Und da sind dieem zigobus. Und da sind die Ziele sie in der Karte waren. Und derirosinnen. Ich versuche sie zu stoppen. Und da war sie zu schwarze. Ich weiß noch alles, was sie zu gewonnen hat. Wir sagen, nur wenn unsere Inszenen the Cursion zu dem Thronen werden sie veröffentlicht. Unser Nachkomme, den Thron besteigt. Ist das dann der kleine Prinz? Hm. Hier war... Ja, hier konnten wir nichts tun. Das wäre mal interessant zu wissen. Allerdings haben wir jetzt die Verlieskarte und werden hier mal noch durch das Verlies gehen. Dafür reicht die Zeit noch. Und, oh, da gehen wir noch mal kurz zurück hier. Jetzt sitzt der hier. Ja, das glaube ich dir. Und der sagt wahrscheinlich immer noch seinen gleichen Satz. Schön. Das ist richtig schön zu wissen, dass die alte Frau Mundgeruch hat. Ähm, dann suchen wir doch mal hier die Verlieskarte und wir müssen einmal Schwan, dann zweimal Adler. Ist das das hier? Es scheint das hier zu sein, weil das ist ja ein Pfau. Strauß wollte ich gerade sagen. Dann gehen wir hier lang. Pfau, Pfau. Hier ist, glaube ich, nur ein Pfau. Und hier sind zwei Pfauen. Dann müssen wir das hier öffnen. Zwei Pfauen. Dann zwei Schwäne. Hier ist... Hier sind zwei Schwäne. Und nein! Nein! Jetzt bin ich falsch gegangen. Zurück. Ich wollte wissen, ob man hier irgendwas frei machen kann. Ja, bin ich jetzt wieder ganz am Anfang, oder was? Oh, also gut. Ähm, der Schwan. Dann gehe ich mal ganz kurz nochmal raus, damit ich hier nochmal auf 100% am Anfang anfangen kann. Dann... Das war der Schwan. Dann die zwei Adler. Dann die zwei Pfauen. Dann... Dann... Hier konnte man hier irgendwie etwas tun. Hier ist ein... Nein, hier sind zwei Schwäne. Oh, da sind drei Schwäne. Okay, da müssen wir jetzt rechts. Dann war ich ja doch richtig. Okay, dann jetzt, ähm... Pfau, Schwan und Adler. Hier ist der Adler und der Schwan. Und der Pfau. Und hier ist Adler und der Pfau. Aber der Schwan fehlt. Dann müssen wir... Wie kriegen wir das denn auf? Ähm... Ähm, hä? Aha. Wo muss das denn hin? Ah, okay. Damit machen wir beide auf. Dann müssen wir jetzt nach rechts. Ja, und wir gehen jetzt... ins Verlies. Hier können wir nichts weiter tun, glaube ich. Ne, dann gehen wir jetzt ins Verlies. Betritt das Verlies im Schloss. Oh, der ist da eingesperrt. Das sieht gar nicht gut aus. Ähm, was ist hier? Hier können wir Handschellen nehmen und haben hier Runen, die wir nicht bewegen können. Aber die da rumliegenden Runen, die fehlen wohl noch. Dann ist hier ein Ring. Oh, da konnte man, glaube ich, was mitnehmen. Genau, hier einen Stein. Ein Rundstein, okay. Heiße Lava trennt mich von dem Käfig. Es gibt keinen anderen Weg. Ja, wahrscheinlich müssen wir irgendwie da hochkommen. Oh, hier ist ein Emblem. Allerdings werden wir im nächsten Part schauen, wie wir da hochkommen. Denn ich werde diesen Part jetzt hier beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns in einem neuen Video. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.